Besonders beliebt ist selbstverständlich der Clown Enrico. Na, kannst du das auch? Ich kann mir meine Schuhe nennen. Na, du kannst das. Das kannst du doch auch, was er kann. Wie nennt sie? Ich bist ein Sie. Entschuldige, bitte. Weißt du was, aber wenn du dann weg bist, dann komm ich runter und gib dir noch da einen Pussy. Wo gibst du meinen Pussy? Da. Auf die rote Nase, gib ihn. Durch erst nachher, weil es so gehen muss.